ja hallo guten tag zum zweiten let's play von mir heute am muttertag auf dem ententeich mal gucken soll der mai offensiv sein ob wir ein paar enten hier antreffen paar old school leute hier und das gegner gegnerin und sie holt mich ja so ist es oder an ende jetzt werde ich wieder angeschrieben nach einem 3 und 3 man kapieren die leute dass ich sw2 kaum noch spiel sie das jetzt hier noch ganz öffentlich irgendwo posten oder was hat die neid hat gesessen rache im reload und akku joint schreibt nn wer ist bitteschön akut scheint dass seine entschreiben darf soll mal weniger rauchen hier weniger joints nehmen ach ja eine neuerung ich habe jetzt dies 50.000 das heißt ich sollte eigentlich lag frei spielen können aber scheinbar geht ein entferntes lag davon auch nicht weg gucken wir mal gleich den ping an ich habe einen 60er ping das ist doch schon mal nicht schlecht das hat man nicht alle tage in spf 2 lassen du kriegst uns ans braun point bitte nicht hau ab ah wuki ah nein ich dachte komm mal unten durch passiert wie ihr auch schon im letzten gesehen habt ihr fliegt gern mal irgendwo runter ihr macht uns ein bisschen spaß so ein bisschen runter fliegen ich wollte mal baden gehen da kommt wieder so ein botaner was denn los hier was stimmt hier nicht kann mir das jemand von euch sagen ach ja ich entschuldige mich auch für die down zeiten der try surfer aber wir haben ein paar surfer probleme wodurch wir keine surfer mehr hausten können im moment und seit er ist es ja auch down den hat er gelegt den habe ich gesehen ich habe 50.000 hat den musst du nehmen ich werde schauen dass wir unsere server so schnell wie möglich wieder unten bekommen weil das ist ja echt nicht schön der einzige gescheite surfer ist gerade hier der ententeich und der ist auch nicht wirklich der beste und ab und zu mal der tuw public kommt dir mal drauf an da ist ein gegner da da komm her komm her komm her komm her zeig dich oh jetzt kommt der da wieder oh jetzt mal auf die gucken was mit auf wie geht ja haupt dich ins geschütz und ich habe nur noch fünf vierzehn tickets ich werde wohl die nächste map auch noch mit aufnehmen oh da ist ein botaner oh da ist ein botaner haupt oh ich habe angst ja was will man denn da tun zwei wookies und ein botaner oh sehe ich den shark attack ganz harter niederlage und wir sind erst bei viereinhalb minuten oje man ist jetzt oje 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 Die ersten bis dritten Plätze, glaube, gewinnen dann den Preis. Irgendwie so ein Darth Vader, ja, so ein Wecker oder was es war, oder ein Yoda-Wecker oder so irgendwas ist zum Beispiel dabei. Keine Ahnung, ich habe mir das nur mal kurz angeguckt. Ich spiele jetzt, hilft es ja nicht mehr so, dass ich hier irgendwas gewinnen würde und ich brauche es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich brauche so ein Kindergarten-Zeugs nicht. Mich trifft da, das war fast ein One-Shot, was ist los? Ich glaube, diese Runde gewinnen wir. KOS, FDW, nix Taliban, FDW. Voll fett, ah ja. Okay, sie haben nur noch ein CP, was geht. Ist ja der hier hart. Oh je, der lag da hinten rum. Ich habe Schiss da reinzuschießen und meine Freunde zu treffen, bzw. meine Mates. Ich will doch kein Team. Oh, oh, das ist aber auch keine gute Idee. Zum Glück ist er gestorben. Komm, stirbt. Hab ich ihn? Die Nate müsste doch gesessen haben. Doch. Oh, sie nehmen unsere CP, sie da ein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe ihn getroffen. Oh, oh, oh. Es kommen die da auch noch auf. Warum? Da waren doch gerade tausend Mates. Destinier-Team gewechselt. Ja, ja, Destinier. Shagateca hat das Spiel verlassen. Lief wohl nicht so gut. Oh, hä? Ach, sie sind da zu zweit gerade drauf, erscheinens. Äh. Zwei Destinier-Team. Oh, wo kam denn der her? Danke, das ist auch nice. Das ist nice, das ist nice. Oh, da ist ein Feind. Und ich treffe gerade gar nix. Packen hilft immer. Oh, diesmal nicht. Jetzt kommt der hier. Nee, gerade geht echt gar nix mehr hier. Ich treffe ja null. Nice, Teamkills only. Jetzt haben wir nur noch ein CP, das geht. Kann der ja nicht die CPs halten. Dreckschweine. Aber Akku-Joint regelt der. Oh, Bati ist da. Schieß mir mal ein paar Rockets hier rein. Ja, haha. Und ich kenne ein. Okay. 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 Das ist jetzt blöd. Immer noch nur ein CP. Warte, die Regel ist alles weg. Nein. 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 Geh mal mal. Da. Da. Äh. Da. Da. Ich sage schon. Der ist tot. Oh je. Komm. Was? Was war das? Was gibt's? Oh. Komm, Joint. Schieß die Wand ab. Du drehst schon ein. Das hat deine Reh, du. Das treffe ich ihn nicht mehr. Das treffe ich mit den eigenen. Was los? Oh, ich leck. Ich habe gerade Schüsse gelegt. Ich habe es gehört. Noch mal. Wieso haben die alle Reh, du? Wollte mich verarschen? Kann es doch nicht sein. Geht's heute Reh, du kostenlos, oder was? Ups, das war ein nice, Junkel. Ich treffe ein bisschen was. Haha. Dann halt er meine Nate. Haha. Sorry for Aimbot. Tut mir ja echt leid. Was geht mit ihm? Was geht mit ihm? Komm her. Ich bin zurück aus Telken hier. Beziehungsweise ich könnte treffen. Ja, der war doch drauf. Jetzt ist er endlich tot hier. Geht mal gar nicht. Oh, wir sind schon bei 11 Minuten. Machen wir dann 15 Minuten. Let's play. Das passt. Oder 16 oder so. Mal schauen. Wie früh ich heute Schluss mache. Oh, jetzt kommt er. Er könnte ruhig auch sterben. Habe ich ja gar nichts dagegen. Ups. Die Mine ist weg. Komm, lass mal. Ha. Oh nein, da kam noch einer. Aber einen habe ich aus der Luft gefischt. Einen. Das ist es. Das ist es nämlich. Es war die Air Sniper. Sick Air Sniper. Ja, ich bin ein bisschen erkältet noch. Keine Ahnung. Doch. Was war denn das? Müsst du mich jetzt hier verarschen oder was? Kannst du nicht sein? Dort geht doch gar nicht. Dort kann man doch nicht bringen. Ja. Jetzt weiß ich wieder, ne? Oh ja, ja, ja. Sorry, schreib mal. Schreib mal mal NP. Weil das so voll fett ist. Tag doch nicht die CPs. Das geht doch nicht. Zwei Leute auch noch. Oh. Die Nade hat's gesessen. Da sind schon welche gespawnt. Oder war da doch ein dritter? Alter. Das ist doch noch. Dann drehe die Karte rein. Zack. 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 Ja, den. Ja. Alter, Sockenimbo. Was ist los bei dir? Es waren mindestens vier Treffer. Drei mindestens. Und nach zwei solltest du tot sein. Also stimmt da irgendwas nicht. Jaja, Max, ich melde mich. Oh, ich hab ihn getroffen. Es war wieder so ein Aim-Bot hier. Wow, Bagnet. Komm her, komm her. Ich finde es hier voll scheiße, dass man hier so durchgucken kann. Das sieht voll bescheuert aus. Es ist eher erst da oben, wahrscheinlich. Oh, ich dachte ich treffe ihn. Mal gucken, kann man mal wieder... Ach nee. Oh, Magna ist frei. Grad noch gespawn gekriegt. Grad noch. Ist doch wer. Hallo. Hallo, ist doch wer. Hallo. Hallo, ist doch jemand. Oh. Da ist er. Oh, der hat nix mehr. Der hat nix... Oh. Was los? Wie wär's, wenn er... Oh. Was los bei ihm? Stirb. Ach so. Ach so. Oh mein Gott. So was nenn ich peinlich. Erstmal nix nehmen die ganze Zeit und dann noch selfpacken. Aber ich schreibe ja nix. Ich lass meine Wut lieber in... Im TS aus hier. Geht gar nicht. Schreiben hier. Flame. Ich hasse Flamer. Manchmal bekommt's mich aber auch. Manchmal geht's einfach nicht anders. Oh, Headshot. Oh Gott. Wie wär's, wenn ich mehr treffe? Oder will der nur wieder nicht sterben? Wow. Oh, wir sind schon bei 16 Minuten. Da würde ich sagen... Das Leben... Ja, okay. Das war's mit dem Leben. Ja. Das war's wieder für heute. Hier. Nochmal. Meine Imba Stats. Oder meine Imba Kills. 15 Stück. Ihr könnt aber nachzudenken wieviel Tote. Wahrscheinlich ungefähr so... 1337. Ich weiß es nicht ganz genau, aber... Ich glaub so was ungefähr war's. Naja. Kriegen wir noch einen Kills? Ja. Einen Kill hab ich noch zustande bekommen. Okay, das Leben hier halt auch noch. Oh, ich hab geleckt. Und hab ich noch einen mit der Nate gekriegt? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann, schau dir beim nächsten Mal wieder ein. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch geben. Kommentieren. Was es da alles noch so gibt. Haut einfach rein da und... Man hört sich's nächstes Mal.